Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja, lokale Bildungsverbünde können eine gute Sache sein. Die großen Knackpunkte in unserem Bildungssystem sollen mit den Bildungsverbünden angegangen werden, nämlich die Übergänge zwischen den Institutionen, Kita, Grundschule, Jugendfreizeitbereich, weiterführende Schule, Berufsbildung oder Studium. Diese Übergänge sollen fließend werden und nicht mehr wie so häufig Brüche sein. Kinder sollen so bessere Chancen beim Zugang zum Erwerb von Bildung bekommen. Das ist alles schon ausreichend beschrieben worden von Herrn Langenbrink und auch von Frau Bentele. Uns kommt es aber darauf an, diese Bildungsverbünde qualitativ besser auszugestalten. Wir alle haben ja am 4. Juni bei der Anhörung die Experten gehört, es geht bei den Bildungsverbünden nicht nur darum, weitere zu schaffen bzw. die Angebote wild auf alle Bezirke auszuweiten. Es geht vor allem darum, dass die Unübersichtlichkeit bei der sehr vielfältigen Finanzierung und die Anbindung an die Quartiersmanagements überprüft werden müssen. Dort gibt es eine zeitliche Befristung, die sich oft negativ auf die langfristige Wirkung der Bildungsverbünde auswirkt. Es geht darum, wie man das realisieren kann, dass wichtige Partner wie zum Beispiel Kita- und Begleitungen oder Jugendämter, die oft aufgrund von Zeitmangel oder Überforderung an solchen Strukturen gar nicht teilnehmen können, besser eingebunden werden. Sie haben gesagt, sie wollen die 600.000 Euro in diesem Sinne einsetzen, eine strukturelle Überprüfung der bestehenden Bildungsverbünde durchführen und nicht einfach nur in das System weiter hineinfinanzieren. Das kann ich nur begrüßen. Schön wäre es gewesen, wenn Sie auch mit uns im Ausschuss beziehungsweise auch abgewartet hätten, dass wir die Anhörung gemeinsam auswerten, dass wir vielleicht verschiedene Ideen auch aus den anderen Fraktionen hätten mit besprechen können. Es ist ja nun alles sehr, sehr hastig gegangen mit Ihrem Antrag, der heute vorliegt, der ja eigentlich ein Prüfauftrag ist, mit dem der Senat beauftragt wird, den Bedarf an weiteren lokalen Bildungsverbünden erst einmal zu prüfen und zu ermitteln, unter welchen Rahmenbedingungen selbige zukünftig aus dem Landeshaushalt finanziert werden sollen. Dieser Antrag ist vom 29. September und bereits zwei Tage später hat die Koalition den Änderungsantrag im Ausschuss vorgelegt, im Hauptausschuss in der zweiten Lesung und durchgewunken. Und da wir davon ausgehen, dass auch Sie Ihre Änderungsanträge mit den Haushältern rückkoppeln, wird das Geld wohl fließen. Das ist ja nun heute auch ganz deutlich geworden. Ich finde diese Vorgehensweise nicht besonders parlamentarisch und würde mir wünschen, dass zukünftig solche wichtigen Entscheidungen auch mit anderen Kompetenzen besprochen werden. Dankeschön.